Flexibel genähte Schuhe, so wie wir sie hier auch haben, die kosten viel weniger in der Herstellung. Sie sind auch gut und wenn man nicht viel damit geht, sind sie auch angenehm, zum Beispiel zum Autofahren, weil man einen besseren Kontakt zu Gaspedal und so weiter hat. Gutes Leder ist anpassungsfähig. Die Schuhe sollen sich ja den Füßen anpassen und nicht umgekehrt. Und kein anderes Material kommt an die Vorzüge echten guten Leders heran. So, rubber-soled shoes, for example, are comfortable to wear for things, for example, such as driving your car. However, they're not nearly as elegant as leather-soled shoes. With something I forgot to mention last time, if the shoe is too wide, of course, then it can also run out or it ruins the shoe, so it's important that you buy a pair of shoes that fit very well. Okay, so the leather, of course, shouldn't dry out and it should remain flexible for its entire lifespan.